Gar nicht lang fackeln. Nee. Fackeln? Fackeln. Hey, ich rauch doch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich hab meinen Hut wieder auf. Da ist ein Bus! Oh nein! Aussteigen! Hallo! Alle mal ansteigen! Ich will mit! Hey! Geh weg da! Schleiß Fußfahrer! Nein, ich hab kein Auto. Alle entritt mich! Ich will... HALT! Ich sagte HALT! Alter, echt dick! Die Idee hatte ich grad auch. Die Haftbombe noch hinten ran zu werfen. Oder ein Rechen. Ah, genau über Kopf. Jetzt soll ich Kopfschmerzen. Dann hat jemand Aspirin. Wo ist mein Auto? Ich hab schwitter Kopf geholt. Yay! Oder immer noch? Ja, immer noch. Ne, schon wieder er. Weil der eine war ja weg, weil ich gestorben bin. Und dann... Ähm... Hab ich schon wieder einen. Da hab ich ja noch mal eins angewürzt. Wo ist das Auto? Taxi! Taxi! Ja, ja. Ja, ja. Tch! 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 Jeder ist sich selbst der Nächste. So, dann starte ich einfach mal die Nächste. Und zwar Serie A Müllwagen. Yay! Wir sind jetzt Müllsammler. Müll, 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 Müll müssen kommen. Genau, die Stadt ist so dreckig. Da räumen wir jetzt mal gleich ein bisschen auf. Müllermobil. Das Müllermobil. Das Müllermobil. Wir sind Müllerbänder. Dann laden wir mal meine Crew ein. Genau. So, ihr drei müsst in der Einladung kommen. Ja. Ich bin schon unterwegs. Das seh ich. Ich auch. Ja, ja, Müllauto. Wird heruntergeladen. Tch! 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 Wird heruntergeladen. Geladend. Geladend. Angenommen. 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 So. Tritt bei. Immer noch diesen schwarzen Klotz. Ja, ja, ja. Die anderen zwei sind gerade reingekommen. Und du kommst jetzt auch tritt bei. So. Seid ihr soweit mit Waffen? Oder soll ich? Alles gut. Also ich bin soweit. Ich brauche kurz noch Raketen. Okay. Ich warte. So. Ok. Gut. Dann starten wir die nächste High-Serie-A. Müllwagen. Knappt euch einen Müllwagen und fahrt eure Runde, wobei Vagos die Exzestiepehlen in den Müllsack klaut. Ich lege die Arbeitsgesicht und blööööre. Ja, passt schon. Also, wir haben ein Abholerteam und wir haben ein Alter, das sieht so ekelhaft aus. Daniel. Und wir haben die Müll-Fahrer. Puh, Dani. Sammler oder Müll? Ich will Fahrer werden. Ich hätte, ich würde auch gerne, nein, ich weiß nicht, soll ich Müllfahrer? Ich fahr. Mein Job ist Fahrer. Du bist der Fahrer. Also dann bin ich der Abholer. Dani. Das ist so ekelar. Das will ich. Ich bräuchte noch einen Sammler. Einen Sammler müsste noch. Ja, komm, komm rüber. Ja, zeig dich in der Öffentlichkeit. Hi. Oh, bitte. Kann ich hier mit anders rumwechseln? Das ist schlimmer, so oder so? Das ist doch echt... Was? Moment, ich will auch noch mal gucken. Was ist schlimmer? Müll oder Sammler? Sammler. Sammler? Oh Gott. Bereit. Die Kinihandschuhe habe ich im Geschäft auch gehabt. Deine Wimpern sind ja geil. Oh, das ist doch ekelig. Das sind fünf Meter lang. Das kriegt da echt's Gott drin. Aber mein Hut fehlt, warte. Nein, bitte. Lass den Hut aus. Jetzt kommt so ein Paufeder an den Hut oder so. Mit welchem Auto fahren wir nicht mit Malen mit in der Müllkleidung da? Blech. Ne. Wir steigen alle beim Leben. Meld' mich freiwillig. Was ist was? Hut. Nein, Hut geht gar nicht. Nein, hast du keinen Müllmannhut? Ne. Haben Müllmänner überhaupt Hut? Halt. Ne, haben sie nicht. Mütze, glaub, oder? Manchmal haben die ne Mütze an, ja. So ne Kappe oder so. Die haben halt Käppis auf. Aber so eigentliche Kleine. Auch nur wegen Sonne halt. Ja, nicht. Wenn wir Müllmänner oder Müllfrauen als Zuschauer haben, schreibt da mal in die Kommentare, was habt ihr so oft? Oder Leute, die Leute kennen. Oder Leute, die Leute kennen. So, Freundesfreunde und Freunde der Freundesfreunde. Oder einfach der indirekte Nachbar. Oder den Müllmann, wenn er den Müll leert. Ja, macht ein Foto und schickt's mal unten in die Kommentare. Das ist mein Müllmann. Das ist mein Müllmann. Das ist mein Müllmann. Mein Müllmann Klaus. Er hat jede Woche meine Mülleimung. Ja. Mal ist mehr drin, mal ist weniger drin. Mal lebt er, mal einfach nicht. Ich meine, der Müllmann oder der Mülleimung? Ich meine der Mülleimung und der Mülleimung. Oh Gott. Das ist auch eklamm. Im Sommer, im Hochsommer, den Bio-Müll und so Zeug. Uuuuh, dann müssen wir mitlaufen. Du machst den Deckel auf, da kommt ja direkt was entgegengesprungen. Ey, das ist ein Müllwagen. Da ist ein Kollege von uns. Na, guck mal, hier ist unser Arbeitsplatz. Ja, nein, ich steig wieder aus und dann muss er einfach nur warten. Warum schießt der jetzt eigentlich? Wenn wir die Typen abknallen müssen. Achso. Ich brauche einen Fahrer. Ah, ich würde da hinten draufstellen. Oh geil. Naja. Let's go. Warte mal, da ist noch einer. Den müsste noch eh machen. Müssen oder müssen nicht? Müssen nicht. Eigentlich wird kein Verfahren. Es ist egal. Mach den weg. Ist besser, ne? Das mache hier. Den ist immer noch einer. Das ist noch der. Jetzt nicht mehr. Der ist jetzt zäh, der Müllmann. Äh, nicht der Müllmann. Der Wachmann. Let's go. Yeah. Man, sind wir diskret. Ja. In lauten Schruffeln sind sie ins Gesicht geschossen. Also was du auch tust, pass auf, dass einer, dass wenn du rückwärts fährst und nicht, äh, rundherrscht. Ein Haufen Kretsch, ja. Auch wenn du's gern bei mir machen würdest. Nein, mach ich nicht. Ihr seid Kollegen, wir sind Müllmänner, wir müssen zusammenhalten. Ich bin eine Müllfrau. Ich bin... Ich bin... Kennt jemand ein Müllmannlied? Ein Mülletwas, keine Ahnung, das kann mich definieren. Ein Müllmannlied? Let's Müll. Ein Hof auf unserem Müllwagen, warum Müllwagen, warum Müllwagen, warum? Ah, das ist so eine Müllsäcke. Ein Hof auf unserem Müllwagen, 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 Müllwagen. Doch, einfach können ja drin bleiben, noch ist ja nix. Die Modellen, äh, Mülls haben wir noch damit, weil wir auch automatisch Stroh finden. Lebe jetzt Fahrräder frei, noch? Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ist da echt gelahmt. Ich muss jetzt sag, echt da reinwerfen? Ja. Du Scheiße. Achso. Okay, nächste, oder? Ja. Ja, komm mal drauf. Ja, will grad nicht. Ja, hat er auch bei mir grad nicht. Wie hast du denn was, rechts, links? Dreieck. Dreieck. Los geht's. Ja, man merkt, wir haben ja gar nicht mehr gespielt. Ja, ich steig so selten hinten auf ein LKW drauf. Ja, ist einfach aufsteigend. Ja. Du kannst ja vorne gar nicht einsteigen, das ist gar nicht so bestimmt, sozusagen. Ja. Wir haben übrigens nur noch mal einen Minuten. Ne, die Zeit hat jetzt gar nicht angefangen. Warum fährst du eigentlich leicht schräg geradeaus? Ja, ich merk's auch grad. Der Levin, der driftet ein bisschen mit dem Wagen. Der driftet grad mit dem LKW rum. Echt? Ja, ja. Warte mal, bevor wir jetzt aber absteigen, wir zwei da hinten, ähm, gucken wir erstmal, wo wir hin müssen, da kann der Levin eigentlich gleich rückwärts reinfahren. Hier, die Einfahrt rückwärts rein. Ja, fahr mal da gleich rückwärts rein. Ja, fahr mal da gleich rückwärts rein. Gehen keinen Nervis! Jaaa... Quasi, dass nach vorne der Weg versperrt ist, weil ich glaub, die kommt von schräg hinten auch. Ja, ich hab... okay, reicht, 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 reicht. Aua, 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 aua. So. So, jetzt. Denn da ist ein Sack. What the fuck? What the fuck? Ja, beim Bauschal... eingefahren worden. Gib Gas, wir kriegen Besuch. Das gibt Gas. Wir haben nur einen Müllsack. Wir müssen die Tüten, glaub, eh töten. Ich glaub, sonst verfolgen die uns. Ja, klar verfolgen die uns. Also müssen wir die Typen erstmal blatt machen. Alles klar. Warte, bis dein Team im Fahrzeug ist, aber die machen euch von hinten kaputt. Ja, das wär ja genau das Problem. Deswegen würd ich sagen, schalten wir erstmal die Typen raus. Erstmal die Fuzzis kaputt machen. Ja. Okay. Ah fuck, die sind schon hinter uns. Was denn? Nee. So, vor uns sind auch noch welche. Guckt nochmal einer. Ja. Nimmst du den? Schon passiert. Dann guck ich nach dem Vorderrand. Bleibt jemand kurz noch im Auto? Ja. Ich hab' mir den Vorderen. Ich hab' mir den Vorderen. Wir stehen, äh links. Okay, sauber. Wir können. Wir schauen nach hinten. David. David. Oh, da ist nochmal einer, ja? Ich rum die Ecke laufen, ich komm' raus. Okay. 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 So, so noch sieben Minuten. Abflug. Ja, kein Schreißzeit ist, glaub ich, genug da. Ja, kaputt ist auch noch, wer mitnimmt. Es steht nicht an, wie viele es sind. Ich glaub' sie vier oder fünf. So, aber was? Noch zwei Sammelschen. Hast du mal gespielt, da? Maybe. Also die erste Mission hatte ich auch schonmal. Die hab' ich auch schonmal gehabt. Aber, die anderen nicht. Also nochmal die erste Mission hatte ich auch schonmal. Die letzte, die haben wir einmal zusammen ausprobiert. Und alle verkackt haben. Ne, war ich nie dabei. Nein. Ne, der wo zu Fuß hinterher kommt, der geklettert hat, ist. Zu Werk. Ah, du. Jetzt. Ja, was toll das. Oh Gott. Wir müssen gucken, dass wir von der Tankstelle sollen. Ne, fern bleiben. In die Säcke. In die Säcke. Hinterm Haus, am besten dreh ich kurz. Okay. Dann gucken. Oh Gott, dass du von der Tankstelle wegkriegst. Ah, immer wieder werde ich von dem scheiß Müllwagen überrollt. Mach schlapp draußen. Ja, auch Müll holen. Besser ist, weil... Ne, gut, aber... Ne, kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Doch, du hast auch, oder? Nein. Ne, er ist Fahrer. Ein Fahrer. Und die Säcke habt ihr? Äh, hier gibt's drei. Steht unten im Eck über der Zahl dran. Der letzte kommt jetzt. Lani holt den letzten. Scheiße. Sorry, mein Fail. Der erste Death gemacht. Er hat vor mir geschmissen und die ist dann quasi explodiert. Zu nah an mir dran, weil genau einer in der Nähe stand. So, jetzt müssen wir erstmal die Typen alle ausschalten. Aber ist nicht weiter schlimm. Ja, ihr seid ja noch dabei. Du Gott, sind es viele. Müssen wir kurz in Deckung gehen. Du Scheiße, sind es viele. Scheiße. Okay, das war's. Wir müssen da hinten in Deckung bleiben. Ja. Ja. Wir haben einen Müllwagen ganz nach hinten. Keiner steigt, keiner steigt vorher ab oder irgendwie aus oder sonst irgendwas. Am besten du kannst auch rückwärts rein, damit wir einfach die Säcke besser reinwerfen. Ja. Dann müsst ihr nicht so weit laufen und wir haben den Wagen als Schutz. So, Neustart. 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 Jetzt hat er. Neustart. Also wie gesagt, rückwärts rein dann nachher. Gute Vorteil bei zwei Fahrzeugen wäre natürlich, dass wir auch einsteigen können. Wenn wir zwei Müllwagen hätten, dann könnten wir auch vorne einsteigen. Weil wir die Sammler sind. Ja. Richtig. Deswegen am Anfang vorher der Job. Wir brauchen wieder zwei Fahrer. Ja, das frage ich mich auch, aber der Kevin kann ja eigentlich auch Dinge zu machen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass ich mir mit einsammeln kann. Warte mal. Boah, ich glaube wir müssen... Na doch. Das reicht. Dann auf ein neues. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Hm. Oh, ja. Ist klar, Alter. Da von der Straße werde ich überfahren. Hinten ist noch einer. Ja. Wenn ich ihn finde, mache ich ihm Platz. Hm. Ach, der läuft da hinten lang. Hab ihn. Okay, perfekt. Direkt er geflogen ist. Huch. Der Flugwagen steht schon da. Ja. Er tatzt sich schon da. Zum Full-Room-Prime. Das wäre auch mal so, weißt du, so eine coole Sache, so als Nebenmissionen. Mitten in den normalen Dingen. Müll sammeln? In dem... Ja, früher konnte ich doch auch Feuerwehr und Polizei und Ambulanzmissionen machen. Bei GTA 3 und so. Ja, um Müll sammeln? Hm. Willst du das freiwillig machen? Ach, wenn es Kohle bringt? Hm. Also ich hab zum Beispiel früher, um ja... Ich hab zum Beispiel früher mal Gebäude zu holen und alles hab ich die... Ich hab früher zum Beispiel bei GTA 3, glaub ich war das, oder das war Andreas. Da hab ich die Feuerwehrmissung gemacht, um mir zum Beispiel Gebäude leisten zu können. Hab die dann halt durchgehend gemacht, immer so 10 Stück für Stück. Du wusstest, bei GTA 3 musstest du ja damals Sachen machen, dass du da Spezialzeug bekommst. Ja, irgendwie sowas. So Sachen halt. Ja, diese Spezialtaxi und so weiter. Ja, da musstest du die Taximissionen machen. Ich glaub, 100 Stück, dann hast du dieses rote Taxi bekommen mit diesen Donnern und überall allen dran. Genau. Ich glaub bei... Bei City war das doch auch, da hast du auch dieses Tigertaxi gekriegt dann irgendwann. Ja, stimmt, stimmt. Wenn du dann, glaub ich, ein paar Missionen gemacht hast. Setra Taxi. Hm. So, Levin driftet wieder. Ja, stimmt, du sieht nicht so geil aus. Und Müllwagen über den Highway driften. Kann auch nicht jeder. Ja. Aber ein Dauer Drift, ne? Ja, da ist ein Feuerwehr. Ja, cool. No way. Wir warten schon. Wir warten schon. Weitere weiter. Ja, gut, 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 gut. So, da ist die Eins. Kevin kann ja schon mal aussteigen und die Typen abschneiden. Ja. Wirst du letzte Müllberg? Ich geh den gerne. Haben. Okay. Oha. Wer war das? Ich. Sehr gut. Ich geh mal nach vorne, ja? Wo ist hinten sauber? Ich geh mal nach vorne. Ach, Levin ist auch draußen. Okay. Sagt, wenn ihr soweit seid. Aber wir sind durch, ne? Ne, vorne sind noch zwei. Okay, nur noch einer. Ah, ne, nochmal. Ja. Drei sogar noch. Ja, einen hab ich. Und den am Eck, den hab ich jetzt auch. Oder du. Ja, gut. Dann einsteigen und weiter geht's. Auf to try. So, das war jetzt den, jetzt kommt der, die Tankstelle wieder. Genau. Stress, Stress. Ja. Stinkig. Was für'n Ding? Stinkig. Stinkig? Stinkig. Stinkig? Stinkig. Stinkig? Stinkig. 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 Ja, das kommt ja nie an. Stinkig. Dani, das unter den Armen. Riech mal. Ne, ich bin geduscht. Sorry. Kommt nix. Tut mal leid. Dann das, wenn du drei Wochen nicht mehr duscht. Uuuh. Ah. Es lebt. Uuh. Ja. Mit Sicherheit lebt vor hinten auch. Ja, da sind wir am Trevor beim, angucken. Ja, genau. Du kannst schon nach vorne reinfahren und dann hinten durch die, äh, genau durch den Eingang wieder raus. Oder so. Ob das die Tankfälle nicht berühren? Ja, das ist ein Problem. Das wäre sehr ärgerlich. Gut. Absteigen und Zeug holen. Ja. Möglichst überleben. Und ihr Zweig, Schwind Clay, die Gegend sichern. Na, nimm doch den blöden Sack. Nimm den Sack, du Sack. Lange fahr mal einen Meter vor. Lange fahr mal einen Meter vor. Bitte. Ich kann das nicht reinwerfen. Naja, das ist... Kann in dieser Position nicht eingesammelt werden. Müssen wir uns kurz auf die Seite stellen. Der Müllwagen muss waagrecht stehen. Wir müssen den Müllwagen kurz auf die Seite stellen. So kriegen wir das. Zeug nicht rein. Hinter den blauen Autos, glaub ich. Der war einer, zumindest. Einer? Es sind hunderte. Blatt. Du von der anderen Seite. Der ist fast tot. Und dann geh in Deckung. Ja, geh in Deckung. Der ist jetzt tot. Ja, hier ist schwierig in Deckung zu gehen, weil du hast einfach zu viele offene Punkte. Aber es klappt schon irgendwie besser. Es sind noch nicht mehr viele. Tiefen. Einer mehr, oder? Wer kämpft da hinten noch? Das müsste sein. Das war es eigentlich, glaub ich schon. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kurz die vier Müllsäcke rein und dann ist gut. Geht der Wagen schon gerade? Ja, ja. Ich kann rein. Sehr gut. Ja, wenn du was zu essen dabei, dann esst du... Ja. Wollt grad sagen. Dann bin ich auch kurz mein Leben aufzüllen. Lass die Reifen jetzt platzen. Stimmt. So. Jeder, der ein schwaches Leben hat, lämert was essen, wenn er es hat. Scheiße. Ja, ich hab keine... Aber ich hab auch noch relativ gut Leben, weil ich hatte Pfanzung dabei. Ja, ich auch. Aber die Pfanzung ist von mir jetzt abgeschossen. Rückgeschossen worden. Du warst auch tot. Ja gut. Na egal, passt schon. Alles gut. Ja gut, die Boulevard. Genau. Letztes, oder? Keine Ahnung. Hoffentlich. Are you alright? The final pickups. Ja, letzte Säcke. Okay, perfect. Na seitengasse. Oh, oh, oh. Das heißt, da kannst du eigentlich so reinfahren. Ja gut. Um drauf an wie die Säcke liegen. Ja. Für das man quasi durchfahren kann. Ja, oder so. Hey, I don't have a good feeling about this. Get the last of the trash and come to the warehouse under the US Freeway. Nicht da rein. Nein, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Andere Seiten, hinter uns, sprich gegenüber. Ja, 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 ja. Genau da hinten. Da hat nen Typ noch vorbei. Mach den Platz, komm. Gut, bleib ich den. So. So. Wo ist einer? Jetzt holen wir mich. Komm jetzt hin. Der Wagen steht jetzt bisschen schräg. Ich komm jetzt nicht vorbei. Bringt rüber. Über den Wagen. Achtung, hinter uns. Ich kann euch da hinten nicht helfen. Ich kann euch da hinten nicht helfen. Ja, dann mach ich. Ja, mach ich. Alles klar. Da vorne kommen nämlich auch welche. Wir haben Kanatwerfer oder sonst irgendwas. Macht sie Platz. Da kommen einige. Warum gehst du fliegen? Aha. Ich kann sagen. Ein bisschen geht er. Ja, ist klar. Fünf Mann vor einem gestanden. Ach, echt jetzt? Sorry. Gut, dann fahren wir jetzt anders rein. Ja, nicht so schräg. Ich fahr jetzt bis hinten in den Hof rein. Fahr vorwärts rein und dann ähm... Im Hof erst stehen bleiben. Ja. Ich war hier quasi komplett ungeschüttet. Da war gar nichts zu machen. Ja. So, kurz der Panzerung wieder aufgefüllt. Wir hatten nur im Menü. Ach ja. Ach ja. So ist es. Und du willst dieses Ding auch schwer machen? Ja. Du weißt ja, ein Tod und vorbei. So ist es. Und du willst das Ding auch schwer machen? Ja, wir wollen ja die 10 Millionen versuchen zu knacken Ja, erstmal müssen wir hier auf normal den Ding jetzt machen Ja, ja, das ist aber Dann müsstest du hier auf normal erstmal schaffen, bevor wir irgendwas anders anstreben So, wer fährt? Pff, meins Blau-Weiß, warum hat das so eine komische Farbe, die ich nicht verstehe Warum, sieht doch ganz okay aus Danke Ich mein doch Namen her Seinen Namen und das ist ein blau-weißes Fahrzeug Ja, läuft Keine Ahnung, passt irgendwie nicht Wie scheiße aus Habe ich den erwischt? Habe ich den erwischt? Ja Da unten zog noch ein Weiner rum Jetzt kommen noch mehrere rum Den einen unten hole ich mir grad Übrigens hättest du die Kugelweste gar nicht kaufen müssen, weil wir alle wieder volle Kugelwesten Ah, okay Okay So, let's go Great Dann fahrt mal Jetzt müssten wir's ja schaffen Warum? Jetzt haben wir alle Versionen dran an Jetzt haben wir ja bei jeder Version Wir waren ja jetzt schon bei jeder Stelle Stimmt Ich glaub danach kommt noch ein, ich weiß es aber gerade auch nicht mehr Nee, ich hatte gesagt das ist das letzte Ja Okay Ja Also Levin, du weißt ja jetzt sind wir auch da, wo wir frei haben Ja, ja Ja, ja So ist das Alle guten Dinge sind drei Noch ein bisschen vorfahren Genau So, einmal links Einmal rechts So, einmal links Und einmal So, einmal rechts Ja, ja, weg auf, rechts Mit to go Ja, schieben wir uns noch ein LKW weg Ja, da steht ja ein Halteverbot Ja, ich kann rumfahren, wenn ich hinten drauf bin Ja, könnte man zum Schießen, aber ich glaube, wenn die uns rammen, sind wir auch unten Ja Ja Deswegen würde ich sie lieber so wegräuchern, anstatt dass wir nachher versuchen zu fliehen Ja Kommt die nächste jetzt Sehr schön Ich könnte eigentlich schon fast mal ein Job vom Leben werden, da kann ich es ja mittlerweile recht gut Ja Ja Sehr gut Direkt neben dem Müllsack Ja, ja, perfekt Nummer eins Nummer zwei Das geht weit Aber du musst mit diesen Leute hier So, jetzt komm mal die von hinten Ja Ist das auch Sauber? Mhm, jetzt vorne die zwei Vier Äh, vier sinds, ja Ja, warte, ich kümmere mich um den da Down Habt ihr alle? Alle? Nein, einer noch Down Gut, sehr schön Dann komm ich mit hinten Hä? Mit einem Headshot Okay Nu, der nächste So Kevin, nicht sterben Ja Ja Okay Sehr ganz von Vorteil Ja, das ist immer der Kevin gestorben, oder? Mhm Zumindest als erstes Nein, Kevin Ich weiß gar nicht, ob der Daddy ist glaube ich der andere gewesen Ah, Daddy ist ja immer noch gestorben, oder? Nee Levin, Foren Levin Ah Uh Muss ich doch mal in meinen Folgen dann, wenn ich die hochlade Ja, sind die gleichen wie bei uns auch, ja Ja Na und? Schreib, äh, streich du dann durch Ich will ja nicht, dass die Aufrufe bekommen Ja, ja, genau Nein, das ist ja kein Problem, ich gönne euch ja auch alles Ich hab'n Videobeweis Augen zwinkert Was? Ich hab'n Videobeweis, ich hab'n Beweis, dass du nix Hin Hehehe Schleitert raus Vielleicht sollte man erstmal entdeckung gehen und alle abknallen bevor wir Down Ich fack schon mal den letzten Säcke ein So. Jetzt bin ich mit in der drüben. Ich glaube wie weit ist denn der da hinten weg? Welcher? Da der fährt, der fährt doch Interstate oder läuft jetzt Interstate rum. Ich dachte den hole ich mir kurz, ja scheiße war's. Gut, noch einer. Ja, der ist auf der Interstate. Waffenladen offen? Ne, bei Waffen kaufen, ah ja. Ne, bei der Panzerung. Ich glaube nicht, dass der auf der Interstate ist, der ist unten. Der ist hier unten, der ist auf dem Gehweg. Ja, ja, ja. Hab ihn. Mhm. Dann alle zurück. Ne, ich habe gerade drei Panzerungen gekauft. Achso. Stimmt, hätte man auch machen können. Ja. So, let's go. Ja. Wir können mal kurz was fressen. Die Panzerung anlegen. So, letzte, ja. Ja. Und Kevin ist nicht gestorben. Wow, wir haben noch ein W. Zwei. Noch. Eins. Eins. Für Steam. Für Steam. Ja, ja, ja. Wir spielen über Steam jetzt mittlerweile. Ah, tatsächlich. So, Steam auf der PS4. Yay. Warum läuft mein Controller schon wieder so komisch rosa? Weiß ich nicht, meiner aber auch. Ne, wir haben hier andere Seite, ja. Wir spielen hier mit den Schrauben. Wir spielen hier mit dem Schrauben. Ecker. Ardorf. Macht den Platz. Da ist er noch. Genau. So schön. So. So. Ach, ich hab nicht gehört. Da ist er noch. Noch zwei Haftbomben. Noch zwei Haftbomben. Nun lassen nicht. Ja, geh mal in Deckung erst. Die kommen nämlich jetzt. Heiß Tja auf jeden Fall, mir sind was geholfen Na komm, zeigt euch Kevin, geh nicht gleich wieder vor, bleib hinten Kevin, da kommen zu viele Ja, geh zurück Kevin Eie, bin dabei Lass ihn lieber selber kommen, weiss Die kommen schon ganz allein Dani, wie ist das bei dir von daher aus? Ganz gut Ich hab ein bisschen Kommen, dann schieße ich drauf Ok, unsere Seite ist sauber Dann kümmere ich mich noch kurz um den letzten Müllsack Dann kümmert ihr eure Hälfte vorne nur beim Dani mit Dann steckt sich einer in den Baum da vorne Ne, es sind noch 3, 4, 5 Fuck Das machst du da vorne Na, ich dachte, das wären nicht so viele Er ist zu ruhig Bin dabei Eine, den Baum kostet mich an Jetzt hab ich ihn Zunächst, dringendst, ich muss was essen So, die 2 stehen noch direkt vor mir uns Obala Ah, ist ein Kletterstuhl da los? Bleibt da unten Da sind noch viele Da sind noch viele Oh, da an der Straßenseite ist noch was Da sind sie Nicht hochklettern Vor uns kommt auch wieder einer, ok Doch, ich kümmere mich vor uns Wo? Oh Gott, es sind noch mehr Ok, ich hab den vor uns Wir sind hinter uns jetzt mal Da sind auf jeden Fall noch 4 Stück Wie siehts aus, wenn mach ich jemand da hochklettern Und vom Dach oben aus runter schieben Könntest du gerne mal Grad vor Schnappen weg Oh, Vorsicht Keine schlechte Idee Oh nein Weg Oh Kevin Ich wollte ihn ein bisschen kürzer Alles gut Wir sind los, glaub ich Nein, der hat der letzte So, jetzt doch mal Ja Wir sind noch knapp 1,50 Das wird langsam los Nicht hoch Jetzt Ok, gib Gas 1,5 Kilometer Das krieg mal hin, oder? Geh aufs? Ich denke So, nicht sie weg Ich hoffe mal, dass jetzt keiner kommt Aber ich pack schon mal Scheiße, die kommen da ja noch Ich wollt grad sagen, weil ich pack nämlich jetzt schon mal die Waffe dann los Die Handgranaten sind nicht Aber ich explodieren zu spät Boah Ja, gib Gas Ich hab's vielleicht kein bisschen mehr Ich muss was treffen Ich muss was treffen Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ich hab's gleich Gott sei Dank Sind grad immer schief gehen können Alter, teuer echt Das fällt der Müllwerken umgelepidiert Nein Gott sei Dank Wir haben's Sehr lange genug gedauert, ne? Boah, Alter Hm Kevin, du musst das noch ein bisschen üben Mit einfach in Deckung bleiben Nicht vorrennen Ja Das hatte ich ein bisschen sehr unterschätzt Ich dachte, okay, da stehen 1 oder 2 Die schießt immer immer so vorbeigehen Weg Du hast hier nicht unendlich leben In Anführungszeichen Naja Ja Der randaliert dein Hintergrund Ich mich nicht Ja, ich mich nicht Das ist jetzt getrennt Ja, ich mich nicht Das hat selbst gemacht Ich hab' selbstgemachtes Handy Ja, cool Mit Holzdesign oder? Das heißt Samsün Sam sim? hat sich da verschrieben, oder? Sam Sam Ja, ist ein T mit hinten dran